Salut! In diesem Video üben wir gemeinsam das direkte Objektpronomen. Vorwissen Du solltest das direkte Objektpronomen und seine Stellung im Satz schon kennen. Material Du brauchst heute einen Stift und ein Heft. Vielleicht hilft dir auch ein Wörterbuch. Univer Aufgabe 1 Das sind die deutschen Objektpronomen. Mich, dich, ihn oder sie, uns, euch oder sie, sie. Übersetze die deutschen Objektpronomen ins Französische. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com Vielen Dank.